Joach, willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt ab dem 8. Februar, also ab morgen, bis zum 24. Februar, eine kostenlose Tarnung bekommen. Die ist mega geil. Ich blende euch mal hier ein Bild davon ein. Ihr seht schon, äh, seht richtig geil aus. Dafür müsst ihr nur im Shop einen Creator-Code eingetragen haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen eintragen würdet. Einfach Viereck drücken und dann ARINFN eingeben, ganz einfach. Dann bekommt ihr beim nächsten Patch, der ist nächste Woche, dann die Tarnung. Also ja, wie gesagt, ganz einfach meinen Creator-Code ARINFN eintragen und dann nächste Woche beim Update habt ihr diese geile Tarnung hier. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und ja, dann würde ich sagen, ich zeig euch noch ein 18-Kill-Gameplay von mir vorhin mit einem Freund. Er ist am Anfang gestorben, wir haben uns gesplittet. Wir wollten eigentlich, äh, beide mega viele Kills machen, weil er ist halt gestorben am Anfang. Und ja, dann habe ich die Runde noch gewonnen. War am Ende auf jeden Fall noch mega spannend. Ja, schaut es euch einfach an. Also ich habe gehört, du bist alle in Sortie und ich alle in Retail. Ja, viel Spaß. Oh, beste Waffe am Anfang. Hä? Hä? Was denn? Oh nee. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe nur ein grünes Jagd-Gew. Jetzt habe ich eine taktische. Ich habe einen. Ey, bei mir sind fast keine Gegner, ich glaub das waren die einzigen. Genau sein Fuß. Hä, hat er sich grad... Ist der dumm. Was? Alter, die hatten beide eine goldene Shotgun. Hä, was haben die gemacht? Ich hab's grad nicht gecheckt. So, ich guck mal da vorne, vielleicht ist da noch das Flugzeug. Dann kann ich so gegnern fliegen. Kommt, Blick runter. Kommt. 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 Okay, die nächsten gehen. Na gut, es sind noch zwei. Wenn er mich jetzt in der Luft gesnipet hätte. Huh? Alter. So, erstmal kurz heilen. Okay, 20 Kills, äh... Wird... Nein, Mann! Warum hab ich jetzt das Lager vorher ausweiten geplaced? Also 20 Kills wird's, äh, glaub ich nicht mehr. Aber vielleicht schaff ich ja noch 15 oder so. Aber das Flugzeug ist halt komplett One-Shot. Oh ja, hier sind viele. Alter, wie viele sind die? Was geht die ab? ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, es sterben so viele, nein, jetzt, okay, 20, jetzt fährst du schon mal nicht. Wie die alle hier rum springen. Ja, die fliegen ja rum, Alter. Alter, was haben die hier alles gebaut? Alter, guck mal, was die hier vorne gebaut haben. Was ist das für eine komische Luft da? Komm mal, hier lässt du nicht was. Was ist das für eine komische Luft? Was sagst du, soll ich den verpushen? Findbar. Ja, was machen die Gegner hier? Okay, ich zeig mal, ob die es gibt. Sorry, Bro. Hey, was mach ich denn? Okay. 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 Nein, das muss ich nicht mithilfen. Nein, eine andere kommt jetzt. Ey. Ich spiele jetzt einfach noch mit Kampfpro. Ich spiele jetzt noch mit Kampfpro. Ich weiß nicht. Ich habe keine Fallen mehr Ja! Alter! Nein, ich will tanzen! 15 Kills, 15! Ja! Alter, das war noch knapp am Ende! Nein, 19 Kills wegen mir! So, ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen! Vertraue, könnt ihr gerne noch unterlassen! Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen! Mein Duo-Mate hat auch einen YouTube-Kanal! Schaut da auf jeden Fall mal vorbei! Erster Link in der Beschreibung! Das ist der mit dem Recon-Expert-Skin! Vielleicht kennt ihr ihn! Creator-Code Ariane, wenn nicht vergessen! Und ja, bis zum nächsten Mal! Ciao!